Und halli hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zu Fastas Mal. Das was ihr hier so weit seht ist jetzt die Alpha Version. Ich hab das Ganze schon mal vor eine Woche oder vor zwei oder drei Wochen mal angezockt. Und auf jeden Fall höchst interessant und das Sim ist komplett dunkel und ich habe gerade schon wieder keine Lust. Und ich weiß, das ist so ein schönes Horrorspiel, dass mir schon die Beine und die Knie zittert. So, das gucken wir uns doch sofort einmal an. Instruktion, äh, steuerung meine ich so. Wer ist der? Aha, aha, schöne Musik im Hintergrund eigentlich. Ja, dann bin ich immer gespannt. Ich hab, wie gesagt, richtig Lust drauf. Yeah, yeah. So ein Horrorhaus hier, um herzulaufen. Und da sind wir auch schon. Hallo Besner, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, du kommst jetzt mit. So, ja, hier soweit müssen wir uns jetzt verteidigen. Äh, ja, ich sag noch nicht, was das für Dinger sind. Auf jeden Fall, ich hab schon mal einen Besen dabei, ja. Mann, die Motivation, die hält sich heute in Grenzen, denn wir werden da schon überleben. So, auf jeden Fall, was ich noch brauche. Ja, nein. Kann ich das auch mitnehmen, ja. Spielgeld. Meins, 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 meins. Was ist denn hier? Ah, der Plan, hä. Das ist der Plan. So, okay. So, und zwar, ist hier noch irgendwas auf dem Tisch? Nö. Ist das hier noch ein Tisch? Nö, der ist ein Tisch. Alles egal. So, und zwar, wo gehen wir denn jetzt? Lang geht es jetzt erstmal. Taschenlampe an, Taschenlampe aus, auch nicht viel heller. Aber na gut, so. Ah, Medikid, wo kommt das denn her? Hm. So. Alles klar, meinen Paddel hab ich auch dabei. Okay, nochmal nachladen. So, alles wunderbar. Ja, dann können wir ja schon mal hochgehen. Oh, wollen wir hier den Soundregulator machen heute? So. Hallo? Ist da wer? Hallo? Ich hab die vollste Motivation. Okay. Hallo? Ist da wer? Wo ist einiger? Hier auch irgendwo kleine Musik herkommen. Ah, wo sind wir denn hier gelandet? Hm? Ah. What's that? Ah, Ruhe. Wunderschön. Hucken, da ist auch nichts drin. Hier, Bett, irgendwo Bett. Ich bin im Bett drin. Hilfe! Schöne alten Koffer haben wir auch gefunden. Ich mag dieses Haus schon wieder nicht. Wir sind nur hier reingekommen. Oh, ein Kamin. So, very cool. Wir werden den Kamin dann gemacht. Was, du das? Hm? Ne, ich war das nicht. Eher auch nicht. Gut, alles klar. Wow, total wieder hier die Schizophrenie heute. Wunderbar. Äh, was wollte ich denn jetzt? Äh, ja. Will einer vielleicht von den Zuschauern jetzt weitergehen? Das wäre ganz praktisch. Ja, das normal. Ist hier noch irgendetwas gewesen, ne? Ja. Dann müssen wir hier rüber gehen. Ja, ne. Wir wollen ja auch nichts vergessen. So. Da haben wir noch ein Buch gefunden. Äh, Dings. Ah, das hätten die mal anders machen sollen. Also. Du kannst nämlich die, äh. Das, was wir gerade aufgehoben haben. Diesen Zettel. Den kriegt man nämlich nur weg, wenn man auf die Feuertaste drückt. Hey. Und schon ist die eigene Munition vergangen. Äh, weggelaufen. So. Hallo? Wo bin ich? Hallo? Hüff. Ich hör was. Hm. Wo bin ich? Gut. Ja, alles klar. Da geh ich nicht rein. Ich seh ja kaum was hier drin. Hm. Luftleerraum. Okay, alles klar. Mann, wie groß ist dieses Haus eigentlich hier? Zu groß auf alle Fälle. Ich glaub, ich seh was. Geh weg. Ah, es kommt auf uns zu. Meine Scheiße. Das war am besten doof für einer. So, wir kommen jetzt hier durch. Okay, da sind Bücher. Ziehen wir hier noch so einer? Boah, noch die Gremlins hier. Kann ich das mitnehmen hier in den Zettel? Nö. Ich hör etwas. Etwas, was nicht menschlich ist. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Geradeaus. Ja, ist ja gut. Ist der wer? Zeig dich. Du Schurke. Der Schurke. Das ist er. Da kann man ja noch was. Oh, er rennt verrückt. Au. Ja. Mann, sind wir heute wieder die Monsterkiller unterwegs. So. Und zwar. Was ist denn hier drin in der Tür? Oh. Wammte Scheiße. Was ist denn das gerade? Wow. Fuck. Fuck, 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 fuck. Alter. Alter. Was geht denn hier ab? Megaspinnen. Seit wann sind hier Megaspinnen überhaupt? So, Munition ist schon mal. Ja, wunderbar. Dann habe ich ja mein Ziel erreicht für heute. So. Ey, wo kommt denn? Oh, da sind sie an der Decke. Wo ist er? Wo ist das denn? Hä? Wo ist er? Wo ist er? Zeig dich, du. Krabbelt doch hier irgendwo an der Decke bestimmt. Hä? Hä? Eigentlich mag ich hier keinen Meter mehr weitergeben. So. Was ist denn der? Oh. Oh, ey. Oh. Das ist einer, der spuckt. Er spuckt mich an. Hilfe. Hilfe. Wo sind meine Abonnenten? Ich verliere. Ah. Oh, ey. Verfolgt mich. Ihr verfolgt mich. Das sind zwei hier. Was ist das? Auf. Hilfe. Ich bin verloren. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir einen anderen Plan, glaube ich. So, ich würde sagen, eine Runde spielen wir auf jeden Fall noch. Master das Licht aus. So, jetzt muss ich erst mal gucken, ne? Wo gehen wir denn lang? Den gleichen Weg wieder und den anderen. Hm. Gibt es überhaupt einen anderen? Mal gucken. Jo, wir haben hier auch noch einen zweiten Weg. Wunderbar. Ah. Viele Wege führen nach oben. Oder ins Horrorhaus. Wunderbar. Hallo? Hallo? Na, das gibt es doch nicht. Das ist genau das gleiche wieder. Hä? Ja. Und wir treffen natürlich. Warum gehen wir überhaupt durch dieses Portal durch? Das macht keinen Sinn. Ich mag nicht. Geh du voraus. Aber sieht doch ein bisschen anders aus wie der Jahr. Huh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Oh, ah. Ich würde doch gleich alle hier auf einmal. Paddel, paddel, paddel. Ah. Scheiße. Schießt auf ein, kommen alle gleich. Ja, das war ja sehr höchst interessant heute das Ganze. Wir gehen mal wieder ins Main-Menü. Ja, au. Ah, Hand gestoßen am Tisch. Ja, das war es heute auf jeden Fall. Phantasmall. Wenn ihr das Ganze auch spielen möchtet, um diesen Horror-Haut zu überleben. Denn unten in der Beschreibung wiederum der Link dazu drin. Das hier, was ihr gesehen habt, wie gesagt, Alpha-Version. Und ja, hat mich gefreut natürlich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Oben rechts wieder Abonnieren-Button. Einfach raufclashen, dashen, smashen, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst von Gaming with Ben. Und ihr könnt das Video auch gerne liken, kommentieren das Ganze. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Änderschönen weiterzocken. Also reinhauen.